Was in dieser Folge passiert Moin Moin Was geht? Ich hab dir was mitgebracht Oh no Dankeschön So ein großer Rase habe ich kaum Ich nehme einen Eimer Ja Wir sind jetzt hier alle Machen Krisensitzung Denn worum geht es? Es geht darum Ey Freunde was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal Ja Freunde heute wird es richtig nice Denn heute wird es mal einen Vlog geben meine Freunde Denn ich werde heute zu einer anderen Familie fahren Leute Denn zur TipTapTube Wer kennt sie nicht? Wir haben geisteskrank viele Videos damals geredet Ja das haben wir längere Zeit nichts mehr gemacht Aber ich werde sie heute besuchen Leute Ich sneak mich da rein und werde dort einziehen Leute Deswegen lasst einen Daumen nach oben da Kostenlos Abo Und ja es wird sehr nice Denn ja ich hab mit dem Adi telefoniert Und er meinte ja komm da vorbei Die Marie ist dann nicht so ganz schön begeistert Leute Deswegen ja ich muss heute mal gleich mal einen Zoom-Shirt kaufen Da mir das nicht ganz so viel Ärger gibt Und ja komm mal schon mit Lasst wie gesagt die Daumen nach oben da Kostenlos Abos Checkt die gerne ab Und jetzt wird dann Let's go So jetzt muss erstmal der Koffer gepackt werden So ich habe jetzt gerade gemerkt Dass die Geschäfte ja auch bald schließen Und ich möchte nochmal einkaufen fahren Deswegen Tasche packen wir gleich weiter Wir fahren jetzt erstmal einkaufen Draußen das Wetter Hmm Begnet So wir sind angekommen bei Famila Und ich baue auf jeden Fall noch eine Powerbank Ist mir gerade eingefallen Und einen Blumenstrauß für Marie Wir kriegen sogar noch einen sehr nice Ja da holen wir auf jeden Fall einen schönen Blumenstrauß Sehr auf jeden Fall nice Jetzt bin mal gespannt was für einen wir hier nehmen können Hallo Ähm ich bräuchte einen Blumenstrauß Mit Rosen ohne Rosen Ich weiß nicht genau Das Ding ist Ich bin für eine Silvesterparty Ich bin da eigentlich gar nicht eingeladen Und mein Kollege Meint mal einen Blumenstrauß mitbringen Und ja Deswegen Dachte ich Was freut du dich denn? Ja ja genau Was bundes geht immer Machen wir so 20-30 Euro maximal Und ich werde da nice So bin jetzt mal gespannt Ob der Blumenstrauß gut wird Das sieht ja schon mal sehr gut aus So die Frau gibt sich da jetzt auf jeden Fall schon mal Mühe Und macht es nice fällig So ich bin jetzt bei Famila drin Die packen mir jetzt gerade die Blumen ein Denn Leute Ich habe einfach meine Powerbank verloren Die ich immer für die Stadionblocks nutze Übrigens Stadionblocks kommen bald wieder Aber ja Deswegen brauchen wir jetzt eine Powerbank Sonst ist ein bisschen schlecht mit Handyladen Kurze Abstecher beim Feuerwerk Ui 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 Die haben fast gar nichts mehr Sieht schlecht aus hier Ah Powerbank Hier haben wir doch eine Let's go Die nehmen wir mit Die ist gut Die reicht Abfahrt Ey ich müsste ja eigentlich mal ein paar Getränke mitbringen Aber ich weiß überhaupt nicht welche ich holen soll Deswegen lasse ich das glaube ich lieber Und beteilige mich mit Cash da dran Dann mache ich doch nichts falsch So Pflegung für die Fahrt ist auch noch am Start Denn nach Kiel sind das Boah Über 250 Kilometer Einweg Ey habt ihr gewusst Dass bei YFood jetzt Leergut drauf ist Also fun So Blumenstrauß ist eingetütet Den habe ich gerade schon ins Auto gepackt Jetzt müssen wir kurz zur Apotheke Denn ich brauche Migräne Tabletten Tabletten sind eingetütet Jetzt kann ich beruhigt losfahren So und jetzt müssen wir die Knaller noch ins Auto tragen Ich würde sagen Wir können mal was fliegen lassen Was lassen wir denn fliegen am besten Testen mal hier so Ich lasse nicht, wie das funktioniert Oh mein Gott Ist das verkehrt denn Totkoller Den haben wir schon stellen müssen Nein Oh mein Gott Mega Das ist ja wie ein Stadion hier Junge Boah Puh So Tasche packen hat auch gepasst Jetzt alles zusammen parken Und dann Abfahrt Geht's los Bin schon viel zu spät So Leute Dann geht's für mich jetzt los Abfahrt Ihr seht, ich bin jetzt schon unterwegs Auf der Autobahn Man sieht Ich bin schon Beifahrer Es ist so schlechtes Wetter die ganze Zeit schon Ich hoffe, das bleibt so nicht Aber mal schauen Ich bin jetzt kurz vor Hamburg Und wie ihr seht Es regnet immer noch Oh Mann, ist das ein Wetter Also das kannst du ja nicht ausmachen Leute, ich bin jetzt im Hotel angekommen Ja Nice Bin mal gespannt, wie das hier so ist Gucken wir mal hier Ja Geht Ja Kann man auf jeden Fall machen Ich ziehe mich jetzt kurz um Und dann fahren wir hin Die Besuchen So Leute Hab mich jetzt fertig gemacht So sehe ich heute aus Ich glaube, ich ziehe mich aber nachher nochmal um Weil mit der Hose kann ich nicht knallen gehen Ich würde sagen Let's go Ich packe jetzt mal den Koffer Hier ist der Mörd Und dann geht's ab Tup 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 Besuchen Leute, ich fahre irgendwie seit 4 Stunden Auto Und es ist den ganzen Tag nur am Regnen Selbst jetzt auch Wir haben irgendwie halb sieben Und es regnet die ganze Zeit Es ist so echt zum Ihr wisst schon Wenigstens lassen sich hier nicht alle das knallen Verderbt Und das Wetter Ah, sehr cool So Leute Das ist der riesige Blumschau Das ist der Regen Ich hatte das erste Mal Ich bin mal gespannt Richtig, ich bin aber ich glaube schon Ich bin jetzt nur noch Hier, hat mal Ah, hier bin ich nicht richtig Moin Was geht's? Gut getimed Ja Moin Moin Was geht's? Ich hab dir was mitgebracht Oh no Dankeschön So eine große Rase habe ich kann Ich nehme einen Eimer Ja, das freut mich So, wir sind jetzt hier am Essen Adrian, was gibt's bei dir Nices? Kräuterbutter Möchtest du auch ein bisschen Kräuterbutter haben? Ah, ich weiß nicht Ja, sehr nice, ich bin mal hier So Leute, wir gehen jetzt rausknallen Er stellt dir schon die Knaller Zeig mal Wer kennt die? Sehr gerne Schreibt's unten in die Kommentare Ich bin gespannt Let's go, das sind seine Favorites Wir gehen jetzt raus Okay Abfahrt Abfluchen Hallo Sehr schön Oh Gott Let's go, das kann ja was werden Schon mal entfernt Ja, okay, komm, lass mal der Batterie anfangen So, wir knallen jetzt hier Da, da, let's go Rasch entfernen So, wir testen, wie die Batterie abgeht Ja, ich bin 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 ja Das war echt so, was war deine Meinung, was sagst du dazu? Das war geil. Sieht man mich überhaupt? Ja, nicht so ganz. Wir dürfen jetzt hier alle mal eine Krisensitzung. Denn worum geht es? Es geht darum, wir planen, wie wir nicht am meisten nass werden nachher. Genau. Es regnet die ganze Zeit. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall warten und hoffen, dass das Wetter besser wird. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos Abo, die anderen habe ich euch alle verlinkt. So, jetzt sind wir gerade bei Ash im Zimmer und jetzt hätten wir gerade die Knaller. Warst du dein Favorite? Was feierst du am meisten? Wir sind schon weg. Oh, okay. Aber wo war hinten? Wir sind bisher am geilsten, da? Mhm. Da war, das war so... Wie hier? Nein, das war so spannend. So. Ja. Aber... Boah, jo. Sieht fit aus. Sieht auch sehr nice aus. Ja, sehr nice. Aber wir haben ein großes Problem und zwar das ist... Es regnet und regnet und regnet. Genau. Deswegen ist man jetzt aufgehört. Die Sonne kommt raus und wisst du.